hallo zusammen und willkommen zurück bei tomb raider an der welt ich bin hier wieder immer noch an diesem keine ahnung was das ist kalender oder sonst irgendwas ja ich hab's versucht also hier geht es irgendwie nicht runter also runter schon aber leider nur einmal denn dann ist lara tot das bringt uns jetzt nicht weiter deswegen denke ich mal wir müssen das nur umstellen sehr getan haben und hat sich etwas verändert und einfach weiter ich behaupte das jetzt mal einfach so wo es richtig ist ich glaube die richtung ist die angesagte also ganz toll Achso, ruhig doch. Okay. Habt ihr gerade gedacht, da ist Wasser drin. Das ist nicht. Ja, hier sind wir verbleiben. Okay, da haben wir wieder ein Gebäude. Ja, kurz stehen. Wir haben wieder ein paar Vasen. Die nehmen wir mal mit. Nimmst du es? Dankeschön. Wir gehen jetzt nicht weiter. Dann fahren wir hier mal lang. Sportlich legt sie sich in die Kurve. Und wundert sich. Und wundert sich. Dass wir hier schon waren. Dann habe ich die Falschrichtung gefahren. Hätte mir auch auffahren können. Aber gut. So. Okay. Die Richtung haben wir ja jetzt. Da müsste er jetzt gleich. Also ich glaube, da war man. Das ist das Gebäude von der Wege. Scheiße. Genau. Und hier kommen wir. Dump. Geht's da wat? Wo sonst? Ja, da war ich schon, ne? Zum zweiten Mal falsch gefahren. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Da geht kein Weg weiter. Jetzt fahr'sch mich nicht. Da lang. Ach du. Scheiße. 1 Minuten steigt doch auf. Okay. Machen wir mal hier an der Seite entlang. Und springen souverän hier runter. Das ist richtig. Hier war ein Sprechpunkt. Das ist richtig. Okay, bleib mal stehen, bleib mal stehen, alter, links, raus, rechts, wo ist der Henker? Wir fahren mal nach links. Grundsätzlich schauen wir nicht verkehrt. Das war ein Speicherpunkt. Ich lade von der Maul. Gucken wir mal, ob es hier ist. Da läuft ein Tigerchen rum. Oh, nicht nur eins. Was passiert denn da? Die kämpft nicht mehr hier. Das ist schön. Die können sich erstmal hier untereinander... Wer hätte geschossen? Naja, jeder Schuss an Treffer oder so, ne? Nur nicht das Ziel. Uff. Okay, ganz souverän alle erledigt. Ups, da ist doch der Medipack. Wunderschön, da haben wir auch noch eins. Ich bin gleich bei dir. Kein Stress. So, wo bist denn du? Der mir den Arsch geschossen hat hier. Da steht er. Ziemlich gesündig. Weißt du das? Da hat doch Musik hier. Die hat sich wohl erledigt, ne? Ja. Ja. Ein Prügel. Hä? Wo ist denn der Typ hin? Wenn's auf der Fall auch grad einer. Ja. Der Rager ist leicht. Was ist denn? Was ist denn die Pümpel? Was haben wir denn hier? Ich kann so hoch. Guck mal hier. Hilf mir aber nicht. Aber da hilft er mir. Dann komme ich mich da hoch. Dann kann ich da hin. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, aber ich mache das mal einfach. Da geht es nicht. Dann geht es bestimmt da rüber. Da rüber. Ich. Autsch. Ich glaube, so grundsätzlich war es gar nicht verkehrt. Die bauen wir nicht. Strom sparen. So. Willa. Das sieht schon besser aus. Was mache ich denn? Echt jetzt? Das ist in dir verdammter Ernst. So. Stöckchen rein. Du bist echt ne Dusselbriebe. Du bist echt ne Dusselbriebe, ey. Nöp. Nöp. So. So. Ich kann hier. Nee. Och. Was ist ein Dreck? Ach so. In den Rücken da. Ja. Gut. Nochmal. Alle guten Dinge sind ein Dutzend. Da rüber. Und dahin. Läuft. Die Kamera auch richtig steht. Wenn sie sich auch kippt, geht es nur nach vorne. Warte mal. Willst du mich verarschen? Da ist ein Eingang. Gefürchtet, da komme ich aber nicht rüber. Nicht der Zell. Schon wieder nur ein Weg. Weg, der sich nicht so klar erschließt hier, ne? Ach, Dreck. Das ist fein. Weg, dein Arsch da hoch. Oh. So, wie doof bist du eigentlich? Nach oben. Ach, Mann. Ey, die dämliche Kamera. So. Schön, dass ich ihn nicht sehe. Mein Gott. Vielleicht können sie da rüber. Ja, das ist ganz offensichtlich, dass das wirklich passt. Sie kann schon aber über Ecken springen. Dann nutzen wir das auch aus. Was meinst du da? Was hinkriegen wir das du? Sag mal. Du musst mich doch verarschen, oder? So. Okay, da rüber. Da dran. Und dann sind wir hier oben irgendwo. Gucken, was wir können, was wir sollen, was wir wollen. Nichts. Nichts. Oh, hier geht's. Auch nochmal hoch. Rechte. Da saß. Da saß. Da kann man auch klettern, ne? Mal gucken, wo wir uns das. Du schreit. Du schreit. Die ist ja gleich in Fürth. Ho, 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 ho. Vorsichtig. Okay, dann da rüberschwingen. Da rüberschwingen? Nein. Hey! Hey! Und? Ja, das war jetzt nicht so geplant, aber hat er geklappt? Geht's nicht weiter? Ja, geht's weiter. Ich denke. Abseilen, okay. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Nichts, nichts, nichts. Nichts. Also, gehen wir hier weiter. Ja. Okay, hier geht's nur hoch. Und dann da rüber. Ähm. 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 Das sieht hoch aus. Keine Ahnung, ob sie das... Ähm. Ja, überleben tut's. Ist ja geil. Das war scheinbar nicht so gedacht. Gut. Guck mal da. Böse. Fuck. Die wird ja nicht so ganz ohne Grund da sein. Ach, Mensch, Mädchen. Geht's schnell hoch. Alter. Verstehe ich nicht. Kann ich jetzt ziehen? Nein, 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 sagt's ja. Geht's nicht. Geht's nicht. Okay, komm ich wieder hoch. Natürlich nicht verkehrt, aber... Ich weiß auch nicht, nur wegen dem Kram geht es hier, oder? Oh, hier geht es weiter. Und jetzt... Versuche ich da rüber zu springen. Was soll passieren? Außer genau das. Okay, sie kann sich hier wieder runterlassen. Ich frage mich jetzt noch. So, da bin ich ja hier rübergekommen. Was kann man denn hier noch irgendwo weiter? Super. Jetzt bin ich wieder hier unten. Das ist ja ganz hervorragend. Guck mal, hier ist es auch noch. Kann man auch noch reinstecken. Ich habe ja jetzt keine Ahnung, ob das hier alles war, ob ich hier noch was machen muss. Na gut. Naja, egal. Ich mache jetzt mal eine Pause. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.